Servus Leute, ja hier ist Mr. Tritsche und jetzt geht es weiter mit Myrus Edge. Ja, wir sind hier in der Kanalisation da oben, warten unsere Feinde im Helikopter, aber wir müssen jetzt hier durch das riesen Wassertor und dazu betätigt jetzt den Schalter. Dann haben wir 15 Sekunden Zeit, um darüber zu rennen und auf geht's. Das sollte machbar sein mit unseren Ballruns. Ja, was ein Krach hier. So, achso, gut. Der Nebel sieht doch richtig geil aus, mit dem grünen. Aha, so, da kommen wir. Sprung, Kuh und nochmal. Jawohl, so, dann müssen wir da rüber. Zack, zack. Und hier ist noch ein Schalter. Achso, für das Tor. Betätigen wir dieses auch mal. Ja, 15 Sekunden für irgendwas. Passiert nix. Hallo? Ich weiß jetzt nicht. Ach. Irgendwie etwas verspätet. Uiuiui. Diesen alle. Ich hab hier Karten der Kanalisation. Auf der anderen Seite sollte ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Gut, dann jump. Oh, überall diese Rattenviecher. Ich hasse sie. Gut, dann mal hier hoch. Zack, zack. Oh, nee, wir werden schon wieder verlang ziehen. Nein, nicht runterfallen. Ah. So, dann jump. Los weiter, glaub bloß nicht, dass die Kopf nicht da runterkommt. Ja, ich lauf ja schon. Hier kommt gerade was durch. Mist, sie haben wohl geahmt, dass du dich da drin verkriegst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Oh, oh. Also Scharfschützen selber spielen mach ich ja gerne, aber nicht, wenn die auf mich schießen. So, dann Beeilung. Hier einmal. Und hier oben. Nee, Leid. So. Dann bloß nicht stehen bleiben. Dann darf ich mal nicht so viel nachdenken. Einfach nur laufen. Ah, Scharfschützen. Jump. Und noch einmal an die Leid. Oh. Und weiter. Weiter, weiter, weiter. Schalt die Scharfschützen aus oder geh ihnen auf den Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Ach, Scheiße. Was soll denn das denn? Und weg. So. Und weiter geht's. Zack, zack, zack. Gut, dann. Und hangeln. Hangeln. Wow. Gut. Und hier einmal hoch. Zack. Voll vor die Wand. Jump. Jump. Wow. Das war knapp. So, bitte seht mich jetzt nicht. Ja, und jetzt? Da müssen wir hin. Huch. Oh. Jetzt wäre beinahe mein Herz stehen geblieben. Ach, du Scheiße. Ich hasse sowas Hohes. Wow. Da wird mir schon ganz schummrig. So. Wow. und zack. Gegen die Wand. Und jetzt? Sie sind drin. Los. Raus da, Fett. Ja. Nein. Was war denn das jetzt? Kacke. Wo muss ich überhaupt hinten? Ich weiß überhaupt nichts. Hm. Irgendwie laufe ich gerade ein bisschen falsch. Ja, toll. Jetzt schießen die natürlich schon. Ah. Und wieder abgestellt. Das ist doch hässlich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. So. Keine Ahnung. Dann springen wir erstmal hier rüber. Das ist doch alles komisch. Na ja. Sie sind drin. Los. Raus da, Fett. Ich raff das nicht. Och Mensch, Leute. Dem... Das schneide ich doch jetzt gleich raus. Das ist mir doch hier schon fast zu blöd. So. Das hier wird mir angezeigt. Irgendwie muss ich doch hier rauskommen aus der ganzen Scheißbude. Ich muss doch bestimmt da hinten irgendwo hin. Das ist ja hier die Tür. Wir sind drin. Los. Raus da, Fett. Ich... Ha. Der Lichtschalter. Ach Quatsch. Lichtschalter, ja. Was soll ich jetzt? Ach. Mensch, Meier. Mach die Augen auf, Tritsche. Ist das hier drüben? Was ist denn hier los? Kelle. Ei, ei, ei. Och, Leute. Ich hab gedacht, es wird besser. Aber es ist umso trauriger geworden. Irgendwann muss ich doch da hochkommen. So, hier rüber. Stückchen. Zack. Und jetzt hier hoch. Mensch, Meier. Mensch, Meier und Sägemehl. Ich weiß jetzt nicht, was das Sägemehl... Boah, müssen wir da jetzt runter? Anscheinend schon. Naja, dann wollen wir mal rutschen. Yay. Hey. Ganz schön nass, die Angelegenheit hier. Autsch. Was war das denn? Uiuiui. Das schwarze Loch. Das saubt alles in sich hinein. So, und noch ein Schalter. Sack. Dann legen wir mal ein. War on. Nein, das schwarze Loch hat uns angesogen. So eine Kacke. Och, nö. Jetzt müssen wir das schon bitter machen. Da hab ich überhaupt keinen Bock drauf jetzt. Zack, zack. Und hoch und... Wasserfall. Arsch. Das ist der Hampton-Town-Zugangspunkt. Dein Ausgang, Fade. Blackknife ist nicht bereit. Na gut. Huch, huch, huch. Was ging jetzt los? So. Gut. Dann müssen wir jetzt wieder nach oben. An die Oberfläche. Zack. Kletter, 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 kletter. Immer rauf, immer rauf, immer wieder die Treppe rauf. Zack. So. Ähm. Ja, toll. Achso. Und jump. Und hoch, und hoch. Achtung an die Leiter. Alles klar. So. Und jump. Oh, da müssen wir wieder den Wasserfall zudrehen hier. Los, Mädchen. Du packst das. Rares Mädchen. Ganz hast du Feinde gemacht. Ja, du ganz Feinde gemacht. Wow. Das wäre beinahe zu weit gewesen. Zack, zack, zack. Und halt dich fest. Jump. Und hoch. Immer wieder hoch, immer wieder hoch. Die Treppe rauf. Rauf, rauf, rauf. Wie weit wir runter sind. Wir wieder hochklettern müssen. Und noch ein Punkt. Kranverhandel, Fernsteuerung. Zum Erhöhen der Lost. Drücken, Z, E. Gut. Dann tun wir mit dieses Dorf. Zack. Und einmal drauf. So. Und jetzt? Kran, heb uns hoch. Ach ja. Siehst du? Da sind wir schon... Witzig. Da sind wir am Falschen gelandet. So eine Kacke. Müssen wir uns jetzt umbringen. Damit wir das nochmal machen. Das finde ich nicht so schön. Hallo. Nein. Das gibt es nicht. Ach, jetzt kommt er wieder runter. Gut, gut, gut. Dann können wir jetzt wieder... drauf. Oder... machen wir jetzt hier ein Aufnahmestopp. Auf geht's. Das machen wir noch. So, hier drauf. Und... warten, bis er kommt. So, da kommt er. Huch. Nicht zu weit, Rachel. Und jump. Ah. Gut gecharpt. Gut gecharpt. Kola, Kata. Oh. Schon wird mal wieder beschossen. Das ist unglaublich. Wie freundlich die hier wieder sind. Erstmal weg hier. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh. Da ist ein böser Mensch. Mit bösen Waffen. Oh. Da sind ja viele mit bösen Waffen. Das gibt's ja nicht. Wo sollen wir denn gehen? So. Zack. Oh. Ach, Mensch. Ich bin zu viel langsam. So. Weg damit. Und weiter rein. So. Ah. Lauf, 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 lauf. Ich hab zwar immer noch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Mensch. Das gibt's doch nicht. Ja, wo müssen wir denn hin? Ich weiß es nicht. Das ist doch komisch. Aber das hier sieht mir irgendwie danach aus. Autsch. Oder auch nicht. Ich bin gerade ratlos. Aua. Bist du bescheuert? Ach, nee. Kinder. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. So. Wir müssen hier was. Wo müssen wir jetzt hin? Ich hab das noch nicht ganz verstanden. So. Der Wecker hat geschellt. Also müssen wir langsam auftassen. Wegen der Zeit. Aber. Irgendwie frisst das hier noch nicht so ganz. Aua. Ach, Mensch. Völlig verreckt. Das kann ja nicht sein. Ich weiß einfach nicht, wo wir hin müssen. Das ist total komisch. Vielleicht irgendwo da rüber oder so. Keine Ahnung. Na ja. Ich stell mich erstmal hier hinten in die Ecke. Machen kurz einen Part. Aufnahmestopp. Aha. Ich hab irgendwas gefunden. Cool. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Und schreibt ein paar Kommentare. Euer Tritsche. Bis denn. Den Markt. Ich wäre tollbelle. Non votre das. Im Moment. Im Moment. Im Moment. Im Moment. Im Moment.